Jetzt loslaufen, schießt er uns eine nach dem anderen ab. Aber wenn wir hier in diesem Verständnis bleiben, das sieht uns vielleicht nicht. Wir dürfen uns noch nicht von der Stelle rühren. Wir müssen ganz leise sein, vielleicht auch. Ich denke, wir müssen uns trocken. Lass uns! Ich muss dann für den Loch als Erscher. Nein, warte, Karin! Wer hat hier getrocknet, dieser Menschen? Warum hat er das getan? Vielleicht hat er nicht mehr geschossen. Die Schluchtheit kam ab doch noch auf. Schst! Sei still, Gottfried, ich helde. Das weint, das muss gehen, hat er ihn ja wohl. Der Stimme hat keinen Hand, muss den Garten. Es dürfte schwer sein, die Verdauung aufzuholen. Lass den gehen. Deswegen soll sich niemand die Beine brechen. Ich glaube, wir müssen uns nicht aufpassen. Das stimmt. Ich habe auch...